Oh, wir sind noch in das Nächste mal, das ist ein Rackmann. Okay. Hey, guck mal, der Helikopter wartet schon so über uns, Alter. Warte mal, wir müssen schnell was gucken. Ah, shit, mein Punkt ist ganz knapp draußen. Da war drin. Inwiefern riskant? Sieht ganz knapp aus. Ja, ich weiß, aber die Rotoren waren ja noch ein Stück weit weg von dem Mast hier. Und der Rest, da passiert nichts. Solange ich nicht mit 200 kmh dagegen fliege. Ist das ein dicker Panzer? Ja, da kann man theoretisch schön viele Bäume mit kaputt machen. enjoy. Ich denke, hier habe ich gerade das Gefühl, dass... Um...